Heike genießt den lang ersehnten Strandurlaub mit ihrer Familie und lässt sich gerne von Michael den Rücken mit Sonnenschutzcreme einreiben. Doch was ist das? Ein Melanom? Oder doch nur ein Muttermal? Aufgeregt eilt Heike zum nächstgelegenen Arzt und will Gewissheit. Entwarnung! Ein normales Muttermal. Der Arzt rät ihr jedoch, dieses besonders in Zukunft wegen ihres Hauttyps zu beobachten. Generell rät ihr ihr, sich regelmäßig selbst zu untersuchen. Das geht ganz gut mit einem Handspiegel oder gegenseitig mit dem Partner in einem hellen Raum bei Tageslicht. Zur Früherkennung sollte die ABCDE-Regel angewandt werden. A wie Asymmetrie. Dunkler Hautfleck, ungleichmäßig geformt. B wie Begrenzung. Verwaschene, gezackte oder unebene und raue Ränder. C wie Color. Unterschiedliche Färbungen, hellere und dunklere Flecken in einem Mal. D wie Durchmesser. An der breitesten Stelle größer als 5 Millimeter. E wie Erhabenheit. Gewölbt und eventuell tastbar. Danach sollte jeder Quadratzentimeter des Körpers in folgenden Schritten abgesucht werden. Erstens, den vollständigen Körper im Ganzkörperspiegel, von vorne und hinten. Zweitens, mit angehobenen Armen. Drittens, Oberarme, Unterarme und Hände. Viertens, im Sitzen die Beine, Vorder- und Rückseite. Fünftens, die Füße, auch die Sohlen. Zehen Zwischenräume, geht auch ganz gut mit einem Handspiegel und Verfärbungen der Nägel. Sechstens, Genitalien und After, was auch im Sitzen am besten gelingt. Handspiegel. Siebtens, Hals, Gesicht, Ohren, Haaransatz und Kopfhaut mit einem Kamm zum Scheiteln der Haare. Achtens, die Mundhöhle wegen Verfärbungen auf den Schleimhäuten. Neuntens, und zuletzt die Augen wegen Veränderungen auf der Bindehaut. Bei einer oder mehr Auffälligkeiten sollte man zum Arzt gehen. Auch wenn man selbst keine Veränderungen bemerkt hat, sollte alle zwei Jahre von einem professionellen Hautscreening beim Arzt Gebrauch gemacht werden. Das bezahlt die BIC Direkt Gesund ab dem 35. Lebensjahr. In manchen Regionen auch bereits unter 35. Mit diesem Wissen fühlt sich Heike jetzt nicht mehr so hilflos. Und mit Michael ist das Eincremen und die Untersuchung richtig entspannend. Und mit dem Kamm ist das Eincremen und der Leuchten. Und mit dem Kamm ist das Eincremen. Und mit dem Kamm ist das Eincremen. Und mit dem Kamm ist das Eincremen auf der Bindehaut. Vielen Dank.